Musik 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 Mein Name ist Ikramullah Khan und ich bin 76 Jahre alt. Diese Krankheit hatte ich in 73 Jahren. Ich habe eine Aufmerksamkeit, die ich hatte, war ich, dass ich diese Krankheit hatte. Das war ich, dass ich in diesen Sachen Medellin begleきました habe. Ich habe sich in diesen Schlechern, um ihre Schlechern zu schnitteln. Das war ich alles gut. Ich bin völlig eingeliecht. ist die all die? In diesen Hilfen, der mich vertreten, die die ich jetzt gesehen habe, die ich vertreten und die ich hatte, das war, dass ich es mit diesen einen persönlichen Patienten, weil ich die Verlusten, die ich in den Gedanken hatte, dass ich sie nicht gewinnen lassen habe. Ich finde diese Verlusten-Gruppe, dass einen persönlichen Patienten sehr viel Das ist eine große Herausforderung. Es gibt die Menschen, die die Menschen mit dem Hilfen bekommen. Es gibt die Hilfen und die Hilfen. Sie haben so eine Liebe, dass wir mit einem anderen Problemen diskutieren müssen. Untertitelung des ZDF, 2020